Aber was willst du denn jetzt mit deinem Kurs? Ja, noch einer. Ja, es ist nicht so gut. Jetzt habe ich diese eine Waffe von einem Zombie getroffen bekommen. Was ist das denn, was ist das denn? Okay. Das war's für heute. 42 Kleiner, Digga. Hier ist halt einfach noch einer, der grad hier irgendwo gelandet ist. Gut, Digga. Scheiß Triader wieder mal. Noch einer? Scheiß Triader. Kommt ja sogar gleich noch einer. Habe ich gehört. Ist da noch ein Triader, der hier noch ist? Alter. Das macht Ben's Sinn, aber es ist ein Todes Triader. Entschuldige. Dacht mal, dass ich mal auf einem Ben getroffen bin, der schlecht echt ist. Aber ne, schaffe ich nie mehr. Jeder Ben ist jetzt schon kurz. Egal welchen, siehst du, er ist immer ein kurz. Beste Leben mit dem Greifen. Ich wollte eigentlich drüber hoch. Um mir Loot zu snacken. Ja, wow. Eine Pump. Ich habe keinen Greifer mehr. Scheiße. Was? 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 Was ist das? Was? 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 Als wir noch weiterentwickeln. Was ist das? Oh, was ist das? Die, die sind die Piratzen? Was ist das? Was? Hinten oder von vorn? Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall. 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 und t ja jetzt kommt nicht das gegen die kürzelt Der Typ dahinten. Der Typ ist sowieso abgeholt, Digga. Der andere. Der Typ hinter dem Baum hat einfach gequittet. Oder mit groß einfach. Was ist denn mit dir los? Der Typ hinter dem Baum hat direkt vor meiner Fresse gequittet. Was ist denn mit dir los? Der ist doch krank. Oder gestört. Sag mal gestört, Digga. Der hat doch alles in Gold, man. Sein Inventar. War fast nur aus Gold. Was? Wow, Digga. Ich hab wieder kein Leben bekommen. Beste Leben. Beste Leben. Absolut Lust. Das war absolut Lust. Das war absolut Lust. Das war absolut Lust. Das war ja absolut Lust. Das war ja absolut Lust. Das war der Lusteste der Welt. Der konnte ja einfach gar nicht. Da ist er. Ich hab schon. Das war ja absolut. Jetzt bin ich nicht. Ich hab schon gesagt. Ich hab schon gesagt. Ich habe schon gesagt. Ich habe schon gedacht. Ich hab schon gesagt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.